Hallo und guten Tag. Wir sind heute zu Gast in den Münchner Kammerspielen. Das ist das Theater des Jahres 2013. Eine echte Erfolgsgeschichte ist auch das Restaurant hier im Theater, das Conviva. Hier übernehmen Menschen mit Behinderung die Hauptrolle. Katharina Daschner zum Beispiel. Schon die dritte Aubergine geschehen. Ich steige an uns. Ich finde es gut, weil das so mitreutes Arbeiten auch ist. Da wird man halt ins Leben so eingelernt. Arbeit halt. Macht dich sicherer, finde ich. Ich habe schneiden gelernt. Bei uns schneiden gelernt. Wie so ein Halt. Man wird gehalten praktisch. Menschen mit Behinderung eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben, dafür setzt sich die Aktion Mensch ein. So und Sie haben jetzt die Chance auf einen unserer Hauptgewinne. Der Geldgewinn geht an die Losendziffern 83 21 93 0. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 89 55 78 7. Das Haushaltsgeld geht an die 42 45 62 2. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 5 4 2 1 6 7 3 und 5 1 7 3 7 6. Der Supergewinn in Höhe von 2 Millionen Euro geht an die 43 20 21 4. Mit einem Fünf-Sterne-Los der Aktion Mensch haben Sie die Chance auf bis zu 2 Millionen Euro. Lose gibt es bei allen Banken und Sparkassen und auf aktion Mensch.de. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.